Now it's time to master the wall. Try it here. Approach the wall at an angle. Ollie and Wallride. Then at the top of the Wallride, Wally. Let's make it fun. Time for that fat ass... Jaja, er hat sich über ich... So. Jetzt haben wir 10 Tomaten zu merfen. He he he. He he he. He he he. He he he. Statistik wurde verbessert. Mal wieder. Was? Was? Wer hab ich denn das grad hinbekommen? An 360 grad Finger flippen. Wow. 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 Hahaha. 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 Gott ist das krank. Gott war das geil. Geil, das wusste ich gar nicht. Geil. So, gotcha. Ah, das war auch gotcha aber voll. Dann noch zwei Treffer. Hier. Los, komm 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 komm. Hier frisst noch mehr. So. Geil. Ja, keine Muni mehr. Ist auch mehr. was ich proben kann. Und wer jetzt. Wer da. Alright. It's time to get off the old board. Ja. 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 Jetzt machen wir mal zwei Cavemans. Hop. 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 Cool. 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 Now jump up onto the tree. Oh ja. Oh ja. Daran kann ich mich noch erinnern. Jetzt spring das mal hier drauf. Jetzt Doppelsprung. Äh. Achso. Doppelsprung. Und das wird jetzt kacke. Ja. Ja. Du tropf. Ja. Feier klar. So. Ah. Ui. Geschafft. Ja. Leider hochklammern. Das wird alles noch wichtig für uns. So. Walk slow. Wir auf die Seite. Okay. Langsam an die Kante. Genau. Und jetzt sagt er da. Brr. 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 V. Acid Drop. Oh ja. Der Trick ist so krank. Dass da das Keyboard nicht kaputt geht. Also ganz ehrlich, das ist schon zum Teil unrealistisch, dass da Skateboard nicht kaputt geht. Weil ganz ehrlich, ich hätte mich da schon längst gewundert. Warum ist mein Skateboard noch ganz? Aber naja. Das kann mir eigentlich gestohlen bleiben. Ist ja zum Glück nur ein Spiel. Und nein, ich fahre selber nicht Skateboard. Ich hab's mal versucht, aber das Skateboardfahren ist schon besser. Das ist überhaupt nichts für mich. Also ich kann das nicht mehr erlernen. Scheiße. Ich hab jetzt auch einen Fehler gemacht. Ich wollte eigentlich mal... Ja, das ist das seltsamste daran. Wir können Spine Transform machen. Und... Ich glaub ich muss... Nein! Schon wieder! Oh! So, genau. Jetzt habe ich es. Okay. So, soweit hoch. Und... Ja, also... Selbst im schwereren Spiel, das weiß ich noch, werden die kriegsrichtig krank. Woah, geschafft. Wir haben mehr Tempo. Woah, wir sind noch schneller. Woah! Und das war... Wow! Okay, das war's. Geil. Vielleicht. Boats hat's gemacht. Boats hat's gemacht. Hier. Right the fan. Wuhu! Nein, keine Tomaten. Aber wer kann uns jetzt als nächstes was beibringen? Ja... Hier, 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 hier... Now it's time for your first combo. First go up on that quarterpipe and grind on top of it. Then at the end of the quarterpipe jump up and grind that rail. And finally at the end of it... Okay. So. So. Ah, okay. Meine erste Kombo. Ach! Okay, ja. Zack. 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 Ja, Zeit für den Seitensprung. Bitte nicht zweideutig denken, Leute. Menschen. Aha. Aua. Au! Ja, komm, steh auf. Ja, ich hab versucht, meinen Charakter so originalfrei nie möglich zu machen. Was ich auch wirklich sehr toll finde bei dem Spiel ist, dass man ein selbst erstelltes Gesicht, also aus dem Foto, rausnehmen kann. Und... dass man's... Ja, scheiße. Ne, nicht, dass man's ja scheiße ist, sondern dass man's einführen kann ins Spiel und das eigene Gesicht ist drin. Ich hab's zwar versucht, aber... Ey, hallo! Genau. Aber, ähm... Ich hab nur Bilder, die sind, äh, drei Megabyte groß und keine 20650 und kleiner machen will ich die nicht, weil die Qualität dadurch total scheiße geworden ist. Und außerdem reicht es... reicht mein Charakter so aus. Äh, mein Charakter, ja. Also dieser Charakter hier, wo ich mir erstellt hab. Er sieht fast original treu aus. Bloß halt, es glaubt, nicht wirklich die gewünschte Frisur und in der Welt bin ich noch ein wenig nicht genug. Also wer von euch, ähm... Mitternachts-Zirkus willkommen in der Welt der Vampire kennt. Die, wo wissen, wie Alexander Ribs aussehen, also jetzt nicht von der Hautfarbe, sondern, ähm, vom Körperbau. Wenn's so weiter geht, könnte ich irgendwann mal genauso an... aussehen. Ja, leider. So, da bist du. Hey, lass uns das Platz aufziehen. Hey, walk up to the blank posters and tag them, make them look... Okay. Fünf Poster. Ah, ja. Hier, also. So. So ein Gravity. Verpass ich in ein schönes Motiv. Ja, und selbst was ich cool finde, in dem man kann seinen eigenen Park machen, ist ja klar. Aber man kann auch eigenen Trick machen, äh, eigene Grafik, eigene Sticker. Das alles zählt zu mir, äh, bei mir zu den tollsten Bonus- Punkten, was das Spiel von dir bekommt. Also, an, ähm, Lob. Also, das find ich super. So, schauen wir mal. Eieieie. Nein, 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 nein. Okay. Ui. So. Wo ist denn... Wo ist das letzte Poster? Irgendwo gibt's noch nen Poster. Oh, ach, ich... Ach, da hinten. Mach mal die Augen auf meinen Kopf. Hey, we need to get your ass back up there and... Ah, bitte nicht schon wieder. Hey, das war... Der Scheiß war so fies. Okay, jetzt mal Kamera umdringen. Jetzt. Oh, das war knapp. Ja, jetzt, ich hasse solche... Nein! Boah. Also, ich hasse solche Sachen. Wie jetzt hier, ähm... Springe da hin. Und so weiter. Hangle dich hier hin. Hallo. Ho, ho. Ab, ab. Ab, ab. Oh, geht doch. So, jetzt zur Leiter. Genau. Hui, hui.